Herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist soweit. Unser Koch Audio EGTI, volle Hütte, ist endlich zurück. Wie ihr seht, das Auto ist ein bisschen mit Leidenschaft gezogen. Hier sind noch so Werbeaufkleber drauf. Aber das Auto ist direkt von Frankreich, kann man sagen, nach Sandro Koch Audio in Mannheim. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Mannheim ist seine Firma, ne? Ich glaube ja. Frankfurt, Mannheim. Okay, also direkt dort gestrandet und da wurde das Fahrzeug megamäßig umgebaut. Ihr hört es schon im Hintergrund. Also wir haben hier, also alle, die am Tag der offenen Tür hier waren und haben in den E-Cross-Over gesessen, den auch Sandro umgebaut hat. Das war ja so die Einstiegsklasse. Ne? Ja, schon. Das ist hier nochmal ein Zacken Schärfer und ich wusste gar nicht, dass es dann noch heftiger geht in so ein Leichtkraftfahrzeug. Und selbst das ist noch nicht volle Ausbaustufe. Natürlich, ich kann euch gar nichts dazu sagen, weil ich habe null Ahnung von Musik. Ich weiß nur, dass es gut anhört. Deswegen versuchen wir jetzt mal irgendwie Sandro zu erreichen, das uns vielleicht so ein bisschen über das Fahrzeug erzählt. Ambientebeleuchtung ist drin, Dachhimmelbeleuchtung ist drin, also der Sternenhimmel, Subwoofer ist hinten drin, andere Lautsprecher, andere Radios. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Also den Subwoofer können wir vielleicht mal zu kurz zeigen, ne? Ja. Und es ist total kacke für uns, euch das rüberzubringen. Wie geil ich das anhört. Deswegen müsst ihr unbedingt vorbeikommen. Das Auto steht ab jetzt, wo ihr das Video seht, quasi bis nächstes Jahr bei uns zur Ausstellung. Denn das Auto wird dann später auch auf der Essener Motorschau stehen. Also wenn ihr nicht hierher kommen könnt, kommt nach Essen zur Motorschau. Ja. Halle 7 wird dieses Jahr ein bisschen mehr Musik eingehaucht bekommen. Also ich sehe genau, was ihr seht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon keine Ahnung. Und egal, was ich jetzt anfange zu erzählen, 4-Kanal, 2-Kanal, Sub, das, ich würde es falsch erzählen. Aber wenn man jetzt mit dem anderen vergleicht, wo nur so ein kleiner Kasten war und jetzt diese fette Kiste. Okay, da sieht man es schon, ne? Ich versuche mal Sandro anzurufen. Ich mache mal die Musik leise. Wo kommt denn das raus? Wenn er dran geht. Der geht nie dran. Ich muss immer erst eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Kennt ihr das? Die Leute gehen nicht ans Telefon. Willkommen bei O2. Gehen nicht ans Telefon und wenn man dann eine WhatsApp schreibt, dann gehen die dran. Ist jeder dran. Moin Alex. Sandro. Pass auf, wir stehen hier vor deinem mega ausgebauten EGTI und ich bin ja fast fassungslos, was das Ding scheppern kann und tut. Sehr schön. Und sorry wegen meinem Fail, ich habe diesen Drehregler überhaupt nicht gesehen. Da war mein Knie vor und ich dachte, warum geht das Ding denn nicht laut? Was hat der denn da eingebaut? Und wenn man an diesen Knopf dreht, dann geht es los, ne? Dann geht es auch laut, ne? Ja, mega. Pass auf, wir sind gerade mitten im Video drin. Kannst du nur einmal ganz kurz erzählen, was da drin ist? Weil ich habe gar keine Ahnung. Ja, also wir haben ein Sonnensystem mit ungefähr 2000 Watt Systemleistung verbaut. Das besteht aus einem Front- und einem Hecksystem von Herz, ein Mille-System, klanglich super fein, handgeschöpfte Papiermembranen, wirklich handgefertigte Lautsprecher, die extrem viel Spaß machen, klanglich wie auch pegeltechnisch. Wir haben zwei 25er Subwoofer, die das komplette Auto vorwärts bewegen im Notfall. Dazu eine Dämmung vorne, hinten, die Bodengruppe komplett, dass eben die beiden Subwoofer nicht das gesamte Auto bewegen, sondern auch nichts klappert oder scheppert. Wir haben ein Sony-Radio mit Apple CarPlay und Android Auto. Das Ganze natürlich auch Wireless mit der neuesten Display-Technologie und zu guter Letzt ein Sternenhimmel und das Ambilight-Paket, was dann auch da drin für eine entspannende Atmosphäre sorgt. Das kriege ich auf die Kette. Also das, was optisch zu sehen ist. Außer Drehregler. Außer Drehregler, genau. Nee, cool, reicht schon. Wir gucken uns das Ganze noch ein bisschen an. Also meinst du auch, dass wir auf EMS Halle 7 richtig ans Bilden kriegen damit? Definitiv, definitiv. Halle 7 wird ordentlich Spaß machen. Ja, wir versuchen es hier im Video rüber zu kriegen, aber du weißt ja selber, im Video kann man das nicht so rüberbringen. Also versuchen wir alle Leute zu EMS zu locken oder zu uns in der Ausstellung, um das mal live zu hören. Ist auf jeden Fall sinnvoll, macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß. Ja, gut. Wir machen weiter und dann hören wir uns, ne? Alles klar, dann vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Ja, danke. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Wie ich gesagt habe, ne? Manche gehen hier ans Telefon, schreibst du WhatsApp, ey, geh mal dran, dann gehen sie ans Telefon. Ja. Verstehe ich nicht. Landro, was ist da los? Soundtechnisch machen wir jetzt Schluss. Wenn das Auto nachher wiederkommt, aufbereitet, machen wir nochmal einen Carpon für euch. Und dann versuchen wir so ein bisschen Musik aufzunehmen, aber wie gesagt, selbst mit YouTube-Musik ist es nicht so rüberzubringen vom Bass, vom Erlebnis, von der, ne? Emotionen. Vor allen Dingen, die meisten werden es wahrscheinlich auf dem Handy gucken, da, selbst wenn wir es irgendwie aufnehmen könnten, kann der Lautsprecher beim Zuschauer das wahrscheinlich nicht wiedergeben. Genau. Also wenn es sich bei euch scheiße anhört, dann liegt es nicht am Auto, sondern am Kunde, Herr Poggel, der uns wieder ein Video crasht. Da hast du ein Talent für, ne? Ich hätte die, so ein Video habe ich noch nie gemacht. Letztes Mal? Nein. Nehm das ruhig auf, wir brauchen Beweise. Okay. Ein immer wiederkehrender, zufriedener Kunde, den darf man doch mal mit aufnehmen. Na, selbstverständlich. So, Kunde verarztet. Ja, wo sind wir stehen? Völlig, hat es uns Herr Poggel komplett aus dem Konzept gebracht. Äh, übrigens einer von vielen Lieblingskunden, ne? Äh, CP Foodtech übrigens, äh, Gastrobedarf, wer irgendwie eine Dönerbude hat oder irgendwelche solche Geschichten braucht, um Gastro-Geschichten zu machen, seid ihr da richtig. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, beim Schweller. Zwei Stunden später. Genau. Also, musiktechnisch erstmal beiseite geschoben. Wir machen es auch ein bisschen schick. Und dann zeigen wir uns ein bisschen was. Aber, was wir auch machen für die EMS, wir wissen ja, dass bei dem Ambitionsmodell leider dieser schöne Seitenschweller wegrationalisiert worden ist. Einmal zurückgespult, EMS 2023, haben wir auch schon das Ambitionsmodell da gehabt, äh, in der tollen Folierung, ne? Ja. Ja, und da haben wir die Schweller auch dran gemacht. Und weil das so gut angekommen ist, haben wir uns einige Seitenschweller für die Coupé-Varianten, also für die längeren Einrichtungsmodelle, auf Lager gelegt. Und zeigen euch jetzt mal, wie man die nachrüsten kann. Die Schweller sind eigentlich vom E-Motion, vom Vorgängermodell, passen nicht hundertprozentig, aber das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen. Deswegen zeigen wir euch das und ihr könnt euch dann auch die Schweller selber im Shop bestellen, zum Nachrüsten. Passen bei allen Coupé- und Crossmodellen, ne? Alle Lange-Alxer-Modelle, also alle Coupé, alle Crossmodelle, ja. Ja, City nicht. Ein bisschen kürzer. Gibt's auch, da müssen wir gucken, zum Beispiel, da haben wir ja unseren Überschlag, äh, GTO. Da gab's auch Schweller für, haben wir jetzt aber nicht auf Lager, müssen wir gucken, ob die noch lieferbar sind. Auch bei denen haben wir jetzt, äh, einen Bestand auf Lager, aber wenn das weg ist, dann müssen wir im Fragrecht nachfragen, ob wir die noch nachbestellen können, weil das E-Motion-Modell wird ja irgendwann auslaufen und dann wird's auch mit den Schwellern schwierig. Ja, aber die müssen ja, äh, für Unfallreparaturen oder sowas. Stimmt, ja. Aber, dann kann's ein bisschen länger dauern. Ich würd' sagen, äh, wir fahren das Auto in die Werkstatt und dann guckt ihr Stefan über die Schulter, wie er die Schweller hier anbringt und dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir das. Sehen Sie nun einen Film der Firma Gamma-Fahrzeuge. Ihr Spezialist für Seitenschweller. So, eine Seite hab ich schon gemacht. Das sieht ja schon sexy aus. Das sieht schon ganz, ganz sexy aus. Ich weiß nicht, die neuen Modelle, die werden alle ohne ausgeliefert, ne? Ja. Deswegen machen wir den ganzen Spaß jetzt auch, damit ihr mit dem Ambitionsmodell auch mit Seitenschweller fahren dürft, könnt. Richtig. Wollt, wie auch immer. Zum selber einbauen. Ja, aber mit Befestigungsmaterial. So, also, machen wir Schritt für Schritt. Das ist ganz einfach, eigentlich auch für jeden Laien leicht zu handhaben. Ne? Hier haben wir eine Türdichtung. Die muss hier unten erstmal weg. Ihr seht gleich, warum. So, die macht ihr unten ab. Tut sie euch so ein bisschen an die Seite, dass sie nicht stört. Dann nehmt ihr euch am besten einen Lappen. Macht euch das sauber und trocken. Sonst alles, was man da jetzt drunter lässt, bleibt da. Richtig. Alles, was ihr jetzt drunter lasst, bleibt da. Und hinterher knirscht es nachher wegen Sand oder weiß der Geier was. Ja, das muss da nicht sein. Dann gibt das auch Kratzer im Alu und dann platziert ihr der Lack ab. Und das ist ja alles nicht sehr förderlich für die Haltbarkeit der Fahrzeuge. Na gut, wenn das natürlich schon passiert ist, dann kann man das dann gut damit verstecken. Sehr gut, ne? Ja, das stimmt. Also das ist Alu, es rostet ja auch nicht. Das ist der Vorteil dabei. Das ist jetzt ein Neuwagen, der ist jetzt nicht dreckig. Der war jetzt nur nass. Aber ihr solltet da schon so ein bisschen auf Sauberkeit achten. So, nehmen wir den Seitenschweller. So, hier ist das gute Stück. Den nehmen wir jetzt. Jetzt seht ihr hier oben die Kante. Da kommt hinterher die Dichtung drauf. Prinzip ganz einfach. Einmal hier dran halten. Das muss hinterher bündig sein. Ihr müsst aber darauf achten. Ich muss das mal ein bisschen hier, damit die auch was sehen können. Ja, Licht ist hier ein bisschen schlecht hier hinten in der Ecke. So, also ganz ran drücken. Dann ausrichten. Jetzt gucken wir erstmal hier hinten. Ihr habt hier diese Schwellerkappe, ne? Ja. Die kann dranbleiben. Hier stößt dann der Seitenschweller quasi einfach nur hier vor. Das heißt, ein Stück nach hinten und hier vorstoßen lassen. So, wenn ihr das habt, guckt ihr eben schnell vorne. Schwellerkappe, der Ausschnitt vom Seitenschweller stößt davor perfekt. Können wir oben die Dichtung schon wieder rein machen. Das ist eine ganz schnelle Sache. Ich kann jetzt nicht. So, Dichtung wieder in die Ecke drücken. Ja, von der Seite war es das schon. Passt jetzt noch. Jetzt gehen wir zusammen einmal unter das Fahrzeug. Sieht schon sexy aus mit Seitenschweller. Ja. In jedem Fall besser als ohne. So, hier sind drei vorgefertigte Löcher. Einmal hier, einmal in der Mitte und einmal vorne. Ja. So, das verschrauben wir jetzt mit einer selbst schneidenden Schraube und dann war es das im Prinzip schon. Eine selbst schneidende Schraube. Darauf packen wir eine 5er Unterlegscheibe und dazwischen noch so eine Gummi-Unterlegscheibe, damit das Plastik auch, ja, was heißt, arbeiten kann, damit es nicht reißt halt, ne? Ja. So, sieht dann so aus. Schraube, Scheibe, Unterlegscheibe und so wird es festgeschraubt. Man sollte auf gar keinen Fall das unten mit Silikon festkleben, ne? Sonst hat man da so eine schöne Wasseraufwandstation. Das Problem ist, ja, es sammelt sich Wasser, es sammelt sich Dreck und es kann halt nirgendwo wieder rausfließen, ne? Ja, deswegen nicht festkleben, sondern nur schrauben und oben festklemmen und fertig. Richtig. Genau. So, das war's. Das hält auch. Das kann man selbst bei 120 hinten auf dem Kegger nicht verlieren. Es gibt ja jetzt mehrere Positionen, wie man den Schweller jetzt festschrauben könnte. Man könnte ihn, was weiß ich, so festschrauben oder so weit rein. Ich schraube ihn jetzt, ich denke, das ist auch das Beste wirklich bündig mit dieser Kante hier. Mit dieser hier, ne? Ja, hier hinten siehst du es richtig, dass er hier nicht übersteht. Ja, 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 so. Vorne kann er ruhig an die Schwellerkappe anstoßen, ne, so? Ja. Und hinten mache ich es bündig. Man hat auch, das sind Langlöcher da drin. Da kann man hinterher noch ein bisschen mitspielen. So, kann man sich die noch zurechtdrücken, so ein bisschen. Aber so ist halt der einfachste Weg. So, das war es schon. Was war das jetzt Arbeitszeit ohne Anbocken? Sage ich jetzt bei 10 Minuten. Ja, nicht mal. Ein bisschen sauber putzen, dranhalten, gucken, wie es passt. Fünf Minuten erledigt. Im Grunde braucht man ja gar keine Hebebühne. Das kann man sogar... Das kann man im Prinzip auf dem Boden machen. Wenn man jetzt so wie ich so ein Winkelgelenk für eine Akkufraube hat, dann... Das ist gar kein Problem. Ansonsten auf Rampe fahren, vorne, hinten eben, dann... Stimmt. Auch kein Ding. Alles klar. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.